mal da jetzt hauen drunter ja bestimmt ist ein paar nnen tonen und so ähm ja mach mir einmal für normal ja die störung ist schon mal richtig komisch da kommst du klar mit ist das ok für die 500.000? ja, ja, passt schon ja, hätte ich gewusst, dass man die Tasche nur einmal auf einem festen Platz legen kann, hätte ich die aufgehoben ja, aber ich hatte ja meine Aufdeck am Anfang gelesen wir müssen uns eine Position suchen, wo die uns nicht so schnell abschießen können und dann können wir dann ja, besonders, warum hast du gesagt, wir haben das Geld ich hab das aufgemacht ich hatte, ich hatte das Vollpaket gehabt ich hab ja noch ein paar andere Sachen mitgeben lassen du wolltest immer, dass ich das ganze Geld mitnehmen, ne? nee, ich dachte, wir wüssten jetzt alle Sachen lassen ich dachte aber auch ist normal jetzt ja, das war richtig spannend weil ich noch wusste und wie findest du das Spiel bis jetzt? Pälerents Ja, für die erste Runde, ich habe ja auch auf Ultraschwer gemacht. Let's go. Wir gehen erstmal rum, ne? Wir gehen erstmal rum. Bis ich, dass wir da einfach reingehen können. Ziel, try to enter the edge. Was ist das? Die haben hier Römmchen. Was? Ja, moin. Deutscher entert der Haus, wir schauen, raising der Alarm. Lass ich ran, der Alarm wird ausgelöst durch... Kameras oder so. Wir können da nicht so durch. Könnt ich mit ihm reden? Hey, du. Ah, was? Moment, 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 Moment. Hast du gemasst? Ich bin einfach nur an ihn ran getreten, wenn ich... Okay, let's go. Mach mal ein bisschen Tarar hier drinnen. Scheiß drauf. Let's go. Ich lauf dir hinterher. Von Tega, von hinten, ne? Ah, du, jetzt kommen gleich viele Kopf, bitte. Ich hab die müssen in einmal angefangen. Das ist mega schwer. Ich tötte aber keine Geisel. Sonst kriegen wir ein Minusgate. Echt? Ja. Oh, diesmal fallen sie schnell. Kurzer Dank. Okay, hier war ein Fail. Deck mir die Wexter. Ach, dein Glas-Schneider fehlt. Oh, hier. Weißt du, sie haben ballistisch ein Schild und trotzdem brennen alle seine Kollegen einfach rein. Ich hab mir ein bisschen Geld. Kommst du? Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich hab grad die SWATs-Leute hier abgehalten. Wo hin? Ja, ich suche... Welche... Wir müssen ein paar Räume suchen, ne? Okay. Dir hack... Hacke den Access Point in order to open the doors of the Storage Room. Wir müssen uns hacken. Wo ist denn das Storage Room? Weiß ich nicht. Ey, wir lassen noch ein paar Sachen mitgehen, ne? Okay, Shield down. Oh, hier, glaub ich. Alter. Hm, ich weiß nicht. Ja, hier, 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 hier. Bei dir? Ja, das sieht zumindest so nach aus. Ein paar Sachen mitgehen lassen. Okay, wir... Hacken? Was? Oh Gott. Alter, diese Effekte. Ähm, was brauchen wir? Schon ein Teil verweiter Typ. Ich stelle wie in Rainbow Six einfach den Türtyp runden und alles ist gut. Oh, ein Visier wäre jetzt eigentlich echt geil. Der kann's doch später drauf fallen. Ja. Ähm. Ähm. Und das ist schon viel angenehmer. Da sterben die Leute immerhin, wenn wir mal auf sie drauf schießen. Ich weiß nicht, wie man das halt aufmachen soll, ne? Äh, was ist denn das hacken? Hast du nicht immer hackt? Ne, wenn du rangehst, sieht man es nicht. Das ist, ist halt ein Story Shroom, aber so, wie siehst du da raus. Gehen wir mal runter. Oh, unten sind sehr viele. Ja, glaube ich. Unten sind sehr viele. Hier oben auch. Ach, hier ist da einer. Einen was? Äh, irgendein Gerät? Alter. Ich hab' ein Gerät gefunden. Geil. Geräte sind gut. Ja. Das steht einmal auf seinen eigenen Kollegen. Oh. Wobei hier Hilfe. Alter. Gut, wir sind da. Gut, wir rennen durch. Äh, ich hab' hier oben getan, was ich konnte. Komm' runter. Ich konnte hier was aufheben. Ich hab' ein bisschen angeschlagen. Oha, okay, okay, okay. Äh, er hackt gerade. Er hackt. Oh, hä? Loll. Kann, ich kann nicht rennen. Du hast was eingesammelt. Wir müssen die beiden Sachen beschützen, die ich jetzt aufgemacht habe. Bist du bei uns? Nein. Ich kämpfe mich zu euch durch. Ich bin da, bin da. Komm her. Komm her. Hier rein. Hier rein. Keine Ahnung, was ich hab' aber. Ich hab' was. Ja, ich hab'... Hast du die Teiche aufgehoben, die da hingeworfen habe? Ja. Da war ein Artefakt drin, Alter. Und was? Ein Artefakt, das bringt einen Haufenweise Kälsch. Ja, das ist ja gut, dass ich mich genommen habe. Ich falle mich hier durch. Äh, wir müssen die beiden Sachen verteidigen hier. Beiden? Ich seh' nix. Ich seh' nur eins. Hier ist der zweite. 50 Sekunden bei dem einen. Was ist das? Einfach drauf gucken. Ah. 80 Sekunden. Ja, hier einer. Ah, hier einer. Du kann mal deinen Aim noch mal ein bisschen trainieren, ne? Auch. Ah, hier ist ein Schild bei mir. Du brauchst ein Schild bei dir? Warte, wo denn? Ja, der... Ja, okay. Ja, der Gammeltien. Warte, warte, warte. Rechts. Ja. Brauchen wir nie. Bei mir auch. Guckt weg, guckt weg. Der Hinzug ist wahrscheinlich nicht so schlau. Mit der Tasche. Okay, sie kommen durch. Nachladen, leider. Brauchst du... Äh... Erzhefe? Keine Ahnung. Ich hab' keine... Anzeige. Unten, unten. Nee, ich hab' keine. Ich glaub' das hab' ich ausgestellt. Oh, Alter. Was war'n das gerade? Täubungsgranate. Leute, der kann springen. Warte, ich glaub' da jetzt Flash rein. Auch ein Schild? Ja. Er ist in 30 Sekunden fertig. Können gleich wieder hoch. Ja. 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 Leute, ich hab'... Also nach der Aktion brauchen wir erstmal... Neue Azubis. Na... Warum? Ja, wenn wir gerade, keine Ahnung, hunderte von den abschlachten. Brauchen erstmal neue Angestellte. Oh, hier, oh. Hierher. Hier rein. Geht's? Oh. Aha. Ich hacke. Mach das. Verdammt! Und? Oh nein! Oh nein! Ja, ich halte hier die andere Tür. Der Hacking-Programm läuft! Das läuft! Das ist doch mal nix. Hau meine Augen, Alter. Oh, würdest du dich verlaufen? Wir haben sie keine FBI-Leute mehr. Ah, hier haben welche. Ähm... Move-Tretzen. Get inside, äh... Das... Das... Ich glaub das Office, wo wir gerade waren. Das hier ist der erst freischaltet. Wir müssen wieder hoch. Zweite Stufe. Geh hier hinten rum. Hä? Falsche... Schlechte Idee, schlechte Idee. Ja, schlechte Idee bei mir auch! Und mein... Botzen bei mir. Schlechte Idee hier oben! Hier oben sind sehr viele! Alter, ich boxe mich gerade zu euch durch. Und ein Treppe. Alter, ich brauche mal... Ja, ich bin da für dich. Ja, ich bin... Ah, ist okay. Okay, Bohrer. Ich muss Bohrer aktivieren. Hier hinten kommen wir hier. Ich lege die gleich im Erstehelfkette, wenn du nur hier drin bist. Ja, okay, komm zu euch. Alter, hier sind zwar viele. Liegt hier! Alter... Boah, weiß ich, dass ich das genommen hab? Ähm... Weil jetzt dann... Ah. Bitte. Ich hab die Tür hier. Alter... Ah, warte. Ah, warte. Äh... Äh... Perfekt, brauche ich. Äh... Hinter dir hinter dir? Ja, mega. Ja, egal. Du sagst, ich krieg dich erst mal voll fest. Oh, hier seien die Fächer ab. Äh, ich... Ja, oh leul, die auch. Alle seien sich ab, werden erst mal in den Rücken geschossen. Ja, du kannst ja auch einfach Hüftfeuer. Was? Ja, aber irgendwann kannst du dir auch... Ähm... Ja... Tettel, hinter dir! Ah, 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 ah... Schieß. Ich fange auf die Granate. Ich fange auf die Granate. Da war er wieder wegfliegt. Ja, der Schild geht noch. Ich fange auf die Grauen. Hier hinten? Ah, hier hinten sind es auch viele. Da in die Richtung. Warte, ich wirf noch... Ich hab' eine Granate noch! Pass, 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 pass. Pass doch nicht, pass doch nicht, pass doch nicht. Da kamen grad, die da ein ganzer Schwung rein. Warte, sie sind gleich durch, wir sind gleich durch. 13 Sekunden noch. diese runde noch ist eigentlich sehr gut ja alle die rennen wir hier hier leite ich einen schilder rein hier also ich hacken noch warte ich habe nicht kommen alle durch das nadelöl ich muss das gut wir müssen einfach nur hier oder die fenster 90 sekunden müssen wir aushalten das war ein hell feeling hat das spiel ja ich hab ja ich halte diesen haupt eingang ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch ein artefakt geholt das wird kohle betäubungsgranate leichen hier liegen bei uns auch hier kommen dickere leute ich habe keine muni mehr ich muss auf die piste weg sind hier ist die muni ja ganz sie glaube ich ganz sie glaube ich integrieren denn das was muni ja habe ich war ja also kann hat er hier ist die hauptung draußen schildträger doch nicht mehr hier kommt ein schild bei mir noch ein schild und sich wieder aufgesagt mal gucken wie lange noch läuft dem sekunden noch was dürfen irgendwann keine soldaten werden ich habe immer welche wie in gta können ich rennen das ist schon selten wie aber ja keine sorge hinter uns ein bisschen siehst du siehst du da oder die kriegen hier drunter alter heute springen auch da ja wie boot gerade man ist wie puten auffangen oder kommen die ganzen einzelnen menschen es glücklich die war ja aber auch bei uns ja ich bin an dem haupt eingang hier beschäftigt das dauert ob wir abgesehen kopf überall du kannst das nicht richtig dass wenn wir vier leute wären können wir das besser machen bestimmt das ist einer wo die box hier guten job machen eigentlich die hier das weiß sogar ja ich komme ich habe weiter wir müssen noch warten hat er gesagt du hast schon kurz eingegeben also hier kommt einer vielleicht nicht oben oben erst mal haben sie abgesehen wie viel polizisten haben die keine ahnung aus allen umliegenden bundesländern auch noch mein wunsch auf wieder fast jetzt man größer aus magazin ich hätte gerne lmg gibt es ja ich finde auch witzig hauptsächlich die rutscherei bei mir ich probier's noch mal aus weise dem pincode vielleicht hab kein gesehen wir mussten doch den computer hacken vielleicht stand auf den computers hoch ich war kurz meine tasche ich werde das hat ich kurz weg die ecke bei mir als schlechte idee hoch zu laufen es kommen wir alle ich weiß nicht wie gedrückt halten ich habe jetzt mit tasche hochlaufen das wäre echt scheiße aber ich habe die ganze gedrückt nichts passiert durch den bleiben da verstehen kommt mit tasche hoch hoch nachladen hat durch 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 hier muss nachladen 212 22 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 ja ich komme gleich kommen gleich ich bin weiter als das magazin bitte ja okay 2122 oder was für eine kombinationsgabe ich habe da ist noch ich kann nicht rennen das heißt ich muss noch eine tasche ja habe ich weiß gepackt ja ich habe nichts gemacht habe ich noch eine tasche egal dann holen wir die tasche noch bis hinten im raum alles gut ich habe geguckt ich auch ich glaube es ist nur hallucination auf jeden fall das kann nach hausend hinaus ich hatte gerade einen kleinen kackstich in der ruse du hast gerade nur so ja wie viel leichten da rutschen wir hier rein wieder dass sie nicht mal das militär holen wie lange dauert das hallo kommen wir wieder durch die garage durch ja okay ist offen ist offen warte gleich 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 kommst du mit rein ja keine ahnung was wir dazu machen aber auch ausräumen was müssen wir jetzt machen collect a tool find a tool that can get through the barrier inside the walls das war ein toilet oder sowas äh da oh shit wo denn da ah hier noch ein k-tip nein wir müssen was finden was durch das ding gerechtigt ich glaube oben können wir gut was hin geh hoch unter control suche weiter ich glaube das nicht warte ich mache hier auch mal was auf ok ich konnte es konntest du mitnehmen ne konnte ich nicht oh gut 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 verschossene tür sehr verdächtig ähm darf ich dir was verraten ich nehme auch gerade auf ne weißt wow schöner oh first time hier unten liegt was wo ja das ist ein gasbrenner gasbrenner so sieht es von der cigarette her aus alter ich habe keinen dropschaden bekommen ich auch nicht alter ich bin nur in die Hucke gegangen komm komm da nicht hin ah doch du kannst ja die folge später noch mal angucken zeltweg also oder morgen ich muss hier ja das schloss ja ne halt mal leise drauf zu schießen hallo 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 ja ja auch mal das tun außer ballern sieht man nachher jetzt seine kills oder wie viel geld man verdient hat okay erst lass uns nach oben kämpfen wieder nachladen nicht vergessen ich werde beste einbrecher ich würde mich erst mal verlaufen da wo überall leute sind hat mich gerade ein bisschen keine leute hier ich kann damit nicht interagieren meine beiden händen hatte hatte ich in einem speziellen über dem gasbrenner wie denn hier unten sind auch zwei hände brenner ja aber ich will nicht sein gezeigt mir wird nichts angezeigt ich kann trotzdem das was ich hier eingestellt habe ist hardcore modus wird nämlich gar nichts angezeigt muss ich lange gedrückt haben nein warte wir können nur eine sache nehmen nehmen das schon platz da platz da ich bin auch gefragt was wir glauben wollten wohin nach oben auf das bestimmt warten auf den helikopter ich bin auch immer wieder rein hier da ist rein die kommen hier so vielleicht nicht auf einmal liegen ja aus dem herren und wir kämpfen und jetzt hier nach hoch hier hoch hoch nach hoch da jetzt bis unten wir können nicht raus es gibt nur leute jeder helikopter ich habe keinen der fahrer wir kommen zu mir die renner so rein oben oben ich habe jetzt mal besser verteidigen ja ich werde zum heli kommen wir da noch nicht hin das ist nicht unterhele bestimmt der heli kommt in drei sekunden ich habe sie mit kippen und korn sich die entfernung ich glaube ich habe tiefen schaffe an ich nicht zum glück ich hab's mal egal ruf da bleibt der scheiß helikopter wunder auch feinste modus und nehmen ist nach dahinten laufen führe mich Und wir müssen hoch wieder, wir müssen hoch. Alter, nicht den Ernst. Ich darf erstmal nie einsammeln. Wollung! Alter, weil ein LMG wär so viel wert. Ich ruf den da am besten, ne? Nee, für mich LMG. Dann könnt ich hier einfach rein und durchratzen. Okay, let's go. Komm rein! Oh, hier. Ja. Oh, fuck. Ja, warte. Hier Bastarde. Oh, danke. Komm mal rum. Warte, ich mach was. Nein, ich lasse nicht, komm her! Ja, okay, 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 okay. Alle da? Ja. Erst drücken. Nein. Ich muss machen. Ach so, H. Ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Wie viel Geld. Wie viel Geld. Guck mal, wie viel Geld. Auftrittswert. Beute Gegend. Ständig Crew. Am Liegenbonus. Sofort Bargeld. Offshore-Kontos. 600.000. Levelgrenze 6a. Crew über Liegenbonus. Boah, Alter. Jetzt sind dein Inventar verfügbar. Ich hab'n Boltzenschneider. Ich hab'n Boltzenschneider. Warte. Das rattert durch. Ich hab'n' Ahnung, wie ich das... Ich hab'n' Ahnung, wie ich das... Ich hab'n' Ahnung, was... Warte, das ist intens. Pfff. Okay, aber was kann ich jetzt... Der Waffenschlot. Schrotflugel. M.G. M.G. Da ist es ja. Schorschützequär. Achimu. Küste.